Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin. Und ich bin HochzeitsDJ Home. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profitipps für die Planung und den Hochzeitsplan. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Der liebe Hung. Hallo. Und ich, die Sarah. Wir haben heute zehn Dinge im Gepäck, die ihr euch sparen könnt. Ich meine, das ist ja natürlich relativ, das entscheidet natürlich ihr, was ihr euch sparen wollt oder nicht. Das ist nun mal so eine Idee von uns. Wir hören ja immer von unseren Paaren, dass die Hochzeiten so teuer sind und ob man das alles braucht oder nicht, ist natürlich eure Entscheidung. Aber hier ist mal so ein kleiner Gedankenanstoß von uns. Zehn Dinge, die ihr euch theoretisch sparen könntet. Genau. Wir fangen an mit der Nummer eins. Die Gastgeschenke oder die Goodie Bags für jeden Gast. Also es ist natürlich schön, wenn die Gäste das Geschenk bekommen, klar. Aber wenn das Budget nicht so groß ist oder wenn ihr auch keine tolle Idee habt, könntet ihr euch das Geld eigentlich sparen. Also ein Gastgeschenk kommt ja auch so ein bisschen aus dem französischen, italienischen, spanischen Bereich. Da hat man immer so Mandeln geschenkt zur Hochzeit. Das haben dann die Deutschen auch übernommen und mittlerweile schenkt man alles Mögliche den Gästen. Ja. Ist schön, aber wie gesagt, kann man sich sparen. Und so ein Goodie Bag, das wäre zum Beispiel so eine ganze Tüte mit netten Sachen, mit zum Beispiel auch lustige Sachen, mit einer Kopfschmerztablette für den nächsten Tag oder ein Wasser für zwischendurch. Ein Pflaster vielleicht. Ein Pflaster oder so ein kleines Schnäpschen oder Dinge, die man braucht oder Dinge, die man nicht braucht. Genau, ja. Manchmal hat man auch schon so ein Marmeladenglas oder solche Sachen gesehen. Also das müsstet ihr für euch einfach entscheiden, ob ihr das haben wollt oder nicht. Aber theoretisch müsst ihr nichts machen. Genau, muss man nicht. Kann man, muss man nicht machen. Genau. Sehe ich auch so, ja. Zweiter Punkt wäre die Do-it-yourself-Dekoration. Man hat es ja manchmal auf der Hochzeit, gerade die Bräute sind da ja sehr engagiert, dass sie dann, weiß ich nicht, Gläser, Vasen, beschmücken, bemalen, viele Dinge basteln, was natürlich viel auf die Zeit geht von der Braut. Und da sind wir der Meinung, kann man auch, in dem Fall kann man auch sparen und sich die Sachen vielleicht leihen. Du hattest den Gedenkansturz schon gesagt, Sarah vorhin, bei der Floristik, bei den Blumen, dass man da vielleicht Dinge sparen kann oder sich die dann ausleihen kann von der Sache her. Hast du da noch eine Idee, was man da noch machen kann? Ja, also grundsätzlich, die meisten Floristen, die auf Hochzeiten spezialisiert sind, haben auch Vasen, die man leihen kann. Also die braucht man nicht kaufen. Und das Do-it-yourself, wie gesagt, das ist halt sehr zeitintensiv. In der Zeit könnt ihr viele andere Dinge machen und habt weniger Stress. Also ich hatte auch schon viele Bräute, die irgendwelche Marmeladengläser gesammelt haben und Spitze drumherum geklebt und sich dann selber ganz viel Stress gemacht haben und dann auch nachher die Lagermöglichkeiten in ihrer Wohnung gesucht haben. Teilweise stehen da monatelang Kartons im Schlafzimmer vorbereitet und bedenkt auch, diese ganzen Sachen müsst ihr dann auch in die Location schleppen und dann auch wieder abholen. Also es ist so viel Arbeit und letztendlich geht es mehr ins Geld, als man denkt, weil man hat ja dann auch zum Beispiel Bänder oder so, kauft man dann irgendwo, wo es viel, viel teurer ist, als das, was der Florist im Floristenbedarf kauft. Und diese Leihgebühr ist meistens auch nicht so hoch. Von daher relativiert sich das. Das Doof ist, was macht man halt danach? Also gerade wenn du eine Bänder holst, die schmeißt du danach weg. Also wie gewöhnlich. Was willst du damit noch machen? Und manchmal sehe ich das, ich bin ja in manchen Facebook-Gruppen und da werden halt gewisse Gegenstände und Dekorationen verkauft zum Spottpreis, wo ich mir sage, schade eigentlich. Die haben so viel Zeit investiert und so viel Geld auch bezahlt dafür und verkaufen es halt wirklich für einen Sportpreis, dann tatsächlich vielleicht alternativ leihen. Ja. Mittlerweile kann man in, also vielleicht nicht auf dem Land überall, aber in Großstädten kann man auch sehr viel andere Deko leihen, also dass man da echtes Geld sparen kann. Ja, ja. Ja, sehe ich genauso. Ich hatte einmal, ich habe da noch eine Geschichte zu, Freunde von uns haben geheiratet und die wollten unbedingt gerne so Stehlwindlichter haben für Kerzen. Ja. Und tatsächlich haben sie dann den kompletten Freundeskreis abgeklappert. Wirklich jeder und jeder hat irgendwie was von Ikea so zu Hause, sag ich jetzt mal, ja. Und haben das quasi ein Sammelsurium aus allen Freunden zusammengesammelt und hatten das auf der Hochzeit. Natürlich war es jetzt von der Deko her sehr wild. Also es war wirklich, die haben wirklich alles zusammengetragen, aber das wäre halt eine Idee gewesen vielleicht, dass man da Freunde oder Bekannte abklappert. Vielleicht haben die da irgendwas zu stehen oder zu liegen. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Also fürs Portemonnaie auf jeden Fall besser, aber für den Stressfaktor ist dann auch wieder die Frage, ob man sich den Stress antun möchte. Ja, genau. Ja. Unser dritter Vorschlag, Menükarten. Also es ist immer sehr, sehr sinnvoll, Menükarten auf die Tische zu stellen beim Abendessen, damit die Gäste einfach wissen, da stehen nicht nur Speisen vom Menü oder vom Buffet drauf, sondern unbedingt auch die Getränke draufschreiben, damit die Gäste wissen, was sie trinken dürfen, was ist erlaubt, was gibt es, Brautpaar frei. Also erster Tipp, wenn Menükarte, dann links die Getränke und rechts das Essen oder vorne Getränke und hinten Essen. Beides auf eine Karte schreiben und dann sieht man immer so schöne Bilder auf Pinterest und so weiter, dass jeder Tisch, jeder Platz eine Menükarte hat. Das kann man sich eigentlich sparen, wenn man 60 Gäste hat und jeder hat eine Menükarte für vier, fünf Euro gedruckt. Das ist ja, ja. Also pro Tisch so ungefähr zehn Gäste. Das würde vollkommen reichen. Bei den Getränken würde ja auch reichen, also wenn man nicht eine Vorder- und Rückseite drucken lässt, dann vielleicht für den Getränken vielleicht eine Karte am Tisch. Würde das reichen? Was würdest du sagen? Eine Getränkekarte pro Tisch? Naja, ich bin immer der Freund, Getränke und Speisen auf eine Karte zu schreiben. Okay, ja. Und weil dann brauchst du nicht zwei verschiedene und dann zwei pro Tisch finde ich immer ganz gut. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Also wenn die Location die Karten macht und das ganz preisgünstig ist, ist ja okay, aber wenn man die extra bestellt, dann geht es halt doch ins Geld. Ja, okay. Und so fünf, sechs Karten, die da so auf so einem Tisch rumstehen, finde ich dann auch wieder zu viel. Das sieht dann auch nicht hübsch aus. Zwei reichen dann schon, ob es jetzt eine Tafel ist oder ein runder Tisch, ist egal. Ja, ja. Ungefähr pro zehn Gäste. Ja, okay. Vierter Punkt wären Programme oder Tagespläne für alle Gäste quasi drucken oder irgendwo hinstellen. Da sind wir halt die Meinung, pro Pärchen reicht ein Tagesplan aus oder ich bin ein Fan von einem Aussteller tatsächlich. Gerade beim Tagesplan bin ich ein Fan davon als Aussteller. Wenn ich als DJ irgendwo reinkomme in der Location und ich werde schon begrüßt mit so einem Tagesplan und weiß ganz genau, wo, wann, was funktioniert oder wo, wann, was passiert, da bin ich ein kompletter Fan von. Da sieht man gleich zu Beginn so ein Stück weit den Tag vor sich. Ja, kann besser planen. Kann besser planen und freut sich dann auch auf die Punkte, wenn da irgendwie steht, keine Ahnung, gerade für mich als DJ jetzt 22 Uhr tanzen meinetwegen. Ja. Dann weiß ich ganz genau, aber auch als Sicht für den Gast, okay, heute gibt es noch einen DJ, heute wird noch getanzt. Das weiß man ja als Gast ja nicht unbedingt, ob es vielleicht eine Party gibt oder nicht. Ja. Insofern finde ich das schön mit so einem Aussteller, ja. Und als weitere Idee könnte man, wenn man ein Kirchenheft hat, das auch hinten auf die Rückseite des Kirchenheftes drucken. Und auch beim Kirchenheft reicht ein, ein Heft pro Paar, weil gerade ein Kirchenheft mit mehreren Seiten, wenn das professionell gedruckt ist, kostet es auch schnell fünf Euro oder mehr. Ja. Und da in der Kirche gucken wir wirklich nur eine Stunde in dieses Heft. Also da reicht es komplett paarweise. Ja. Genau. Fünfter Punkt. Der fünfte Punkt, es ist natürlich super toll, wenn man während der Rede abends den Müttern dankt oder den Eltern dankt und sie vielleicht in der Rede berücksichtigt und einmal ein Danke sagt vor allen Gästen, Danke, dass ihr uns soweit gebracht habt und vielleicht auch Blumen überreicht. Natürlich ist das eine super tolle Geste, aber als Idee theoretisch habt ihr wahrscheinlich so viele Blumen schon bestellt. Ihr könntet auch die Rede ohne das Überreichen der Blumen machen und dann nach der Hochzeit die Blumen schön zusammensuchen und binden und daraus einen Strauß machen und den dann noch nachträglich den Eltern schenken. Ja. Vorteilhaft sind Dekorationen dann mit Blumen in Vasen, die man dann auch leicht rausnehmen kann. Also Gestecke, die in so Masse, so Blumenmasse gesteckt werden, sind dann eher nicht so gut. Da muss man das komplette Gesteck dann verschenken. Ja, ja. Wenn man aber kleine Vasen mit einzelnen Blumen hat, dann könnte man theoretisch auch alle Blumen abends an die Gäste verschenken. Also es ist dann quasi das Gastgeschenk. Ja, genau. Und man hat die Blumen nochmal verwendet, weil ein Florist, der muss die Blumen wegschmeißen. Also der holt am nächsten Tag seine Vasen, die er geliehen hat und er kann leider das ganze Zeug nicht mehr gebrauchen. Deswegen alles, was Blume ist, gerne, gerne weiter verschenken. Und wie gesagt, als Spartipp eventuell statt einem extra Blumenstrauß für die Eltern eine schöne Deko von den Blumen verschenken. Ja, finde ich gut. Ich finde auch den Tipp gut, also wenn man es nicht den Gästen schenkt, Quatsch, nicht den Eltern schenkt, den Gästen das zu verschenken, weil die, so wie du es gesagt hast, man schmeißt es danach weg. Schade drum. Dann hat man quasi einen Kostenpunkt gespart. Man kann die Deko wirklich verschenken. Du hast zwei Sachen in einem. Das ist schön. Sechster Punkt. Eigentlich ein Punkt von dir, Sarah. Ich weiß, du bist kein Fan davon und zwar Luftballons in den Himmel steigen lassen. Kann man sich sparen? Bin ich auch dafür. Also kann man sich wirklich tatsächlich sparen? Die Symbolik, die dahinter, die verstehe ich ein Stück weit. Aber ich denke auch, A, Geld und B, an die Umwelt. Da den Punkt zu sparen, Luftballons in den Himmel, haben wir ein paar Mal auch schon, haben wir beide schon drüber gesprochen, dass der Moment einfach vielleicht auch nicht so schön ist, wenn man das macht. Alle müssen aufstehen, alle sind dann irgendwie, werden abgelenkt oder müssen, müssen dann zu diesem Tagespunkt dabei sein und ist jetzt nicht so die schöne Geste vielleicht. Ja, das ist auch ein Punkt, würde ich, würde ich auch sagen, kann man sich sparen. Genauso wie den, nächsten Punkt, da sind wir schon beim siebten Punkt. Aktion mit Tieren. Also viele Paare überlegen ja immer, boah, was machen wir den ganzen Tag, damit es nicht langweilig wird. Ein Tipp von mir, so langweilig wird es gar nicht, weil ihr wollt ja auch mit euren Gästen reden. Die Gäste wollen miteinander sprechen und viele haben sich auch lange nicht mehr gesehen. Der Freundeskreis kommt nochmal zusammen, die Familie kommt nochmal zusammen. Also Aktion mit Tieren kann man sich meistens sparen. Sei es jetzt Tauben steigen lassen, Schmetterlinge oder irgendwelche Tiere für irgendein Fotoshooting kommen lassen. Es ist zwar toll, aber ganz ehrlich, die Tiere, die euch wirklich, wirklich wichtig sind, vielleicht euren Hund oder eure Katze, die habt ihr vielleicht schon beim Styling oder der Hundi ist auch am Tag dann dabei. Genau. Das sind natürlich wichtige Familienmitglieder. Aber nicht extra angemietet. Genau, die sollen natürlich aufs Foto, aber alle, die so angemietet sind, letztendlich bin ich ja immer ein Tierfreund. Kann man sich das Geld wirklich sparen und hat dann mehr Zeit für gute Gespräche. Ja, finde ich gut. Der achte Punkt, das geht an unsere Location-Betreiber, teilweise auch, der zweite Sektempfang vor dem Abendessen. Ich weiß, da geht es auch so ein bisschen um die Gestik, dass wenn man in den Raum reinkommt oder in den Saal reinkommt, dass man dann wenigstens Getränk in der Hand hat und dann vielleicht nochmal anstoßen kann. Aber oftmals ist es ja tatsächlich so, dann wird wirklich nur der Anstandsschluck genommen und so wirklich genossen wird der Sekt nicht. Also und an der Stelle wäre es vielleicht ein Sparpunkt, den komplett wegzulassen. Aus der Erfahrung heraus, die Gäste, die bestellen sich dann schon eher was anderes. Also entweder ein Bierchen oder ein Softdrink oder eine Cola, was weiß ich, statt einem Sekt. Ja. In der Regel kommt man ja in den Raum rein und hat dann vielleicht einen Tischplan und guckt, wo man sitzt oder überreicht noch ein Geschenk. Also und die ersten setzen sich dann auch hin aus Verlegenheit und so ein richtiges Zusammenanstoßen findet eher nach der Traumstelle. Da ist es sinnvoll. Aber beim Reinkommen in den Raum ist es oftmals so, noch ganz ehrlich, ein Verkaufen der Location. Dass sie einfach sagen, hey, da können wir nochmal ein Sekt verkaufen. Aber wenn man den Sekt nicht hat, ist es auch komplett in Ordnung. Die Gäste kommen rein, im besten Fall bewundern sie die schöne Deko, suchen ihren Platz, setzen sich hin, bestellen ein Bierchen und oder einen Wein und dann geht's los mit dem Abendessen. Dann geht's los mit dem Abendessen, ja richtig, ja, genau. Dann der neunte Punkt. Zu viele Outfits am Hochzeitstag. Und zwar ist es immer mehr modern, sozusagen, dass man mehrere Hochzeitsoutfits hat, nicht nur als Braut, auch die Bräutigamme ziehen nach. Sinnvoll ist natürlich, wenn man ein hübsches Outfit hat für den Herrn zum Beispiel, dass man vielleicht ein Ersatzhemd hat, falls es ein heißer Tag ist, dass man sich nochmal frisch machen kann oder man macht sich für den Abend frisch. Ja. Aber bei manchen Bräuten nimmt es immer mehr zu, dass es mehrere Outfits gibt. Also ich habe das Extremste, was ich mal hatte, waren vier an einem Tag. Oh je. Also ein Outfit für Styling, für nach dem Styling, Entschuldigung, da gab es eine asiatische Tee-Zeremonie, da gab es ein Outfit, es gab ein Outfit für ein Shooting, eins für die große Zeremonie und einen Tag vorher sogar noch für das Standesamt und abends dann zum Tanzen. Oh Gott. Also vier an einem Tag. Und letztendlich hat die Braut dann selber abends wirklich keine Lust mehr gehabt, weil das kostet immer so viel Zeit. Du gehst aufs Zimmer ein paar Minuten, du gehst vom Zimmer weg wieder ein paar Minuten, du ziehst dich um, du gehst aus dem Tag raus, aus deinem Gespräch raus, du musst immer auf die Uhr gucken, deine Stylistin ist vielleicht da und steckt dir die Haare nochmal hoch oder macht sie auf und letztendlich ist mindestens eine halbe Stunde weg und der Tag ist so kostbar. Aber das ist es einfach nicht wert. Also meine Braut war am Schluss selber genervt. Für die Braut ist es ja auch nicht schön. Es ist stressig. Es ist Stress, ja. Es ist Stress. Du kannst deinen Tag ja nicht genießen, so wie du es gesagt hast. Und bedenke bitte, die Gäste warten ja auf dich. Die Gäste warten, ja. Es ist immer ein Moment, die Braut ist weg. Genau. Und du baust dir selber vielleicht so eine Stresskulisse auf und willst sie schnell fertig machen, sieht vielleicht dann doch nicht so schick aus und muss nicht sein. Der Tag soll, du sollst ihn genießen und nicht noch unnötig irgendwie Stress aufbauen. Ja. Also was sehr beliebt ist, ist so ein lockeres Outfit oder ein bisschen gemütlicher zum Tanzen, wenn das Brautkleid sehr voluminös ist. Ja. Das ist natürlich in Ordnung, dass man vor dem Eröffnungstanz oder nach dem Eröffnungstanz sich umzieht. Das ist schon natürlich in Ordnung. Aber je mehr man sich dann umzieht, dann wird es irgendwann zu stressig. Also vier ist kompletter Stress. Ja, das ist zu viel. Lass es euch gesagt sein. Ja. Aus meiner Erfahrung heraus, gerade zu Partytime, viele machen es so, dass sie den Hochzeitstanz, also die Bräute machen den Hochzeitstanz noch in dem, ich sage mal, in dem voluminösen Brautkleid. Und dann verschwinden sie kurz, aber da ist die Party schon im Gange. Genau, da merkt man es nicht. Die warten, also die Gäste warten dann nicht tatsächlich alle auf die Braut, weil sie sind dann selbst beschäftigt mit Tanzen oder sind im Gespräch verwickelt oder so. Und dann merkt es wirklich keiner, wenn die Braut mal wirklich für eine halbe Stunde weghuscht, sich dann was Gemütliches anzieht, ein gemütliches Tanzkleid und dann wiederkommen. Das ist tatsächlich ein guter Moment, so von der Sache her. Genau. Zitter Punkt. Die Hochzeitstorte am Abend. Und zwar statt dem Dessert. Den Punkt finde ich auch gut. Also wir beide sind ja eigentlich so eher pro Nachmittagstorte, Hochzeitstorte. Also da sehen wir sie halt sehr gerne vom Timing her, wenn man den ganzen Tag sich betrachtet. Wenn es vielleicht nachmittags nicht reinpasst oder aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann vielleicht als Ersatz für das Dessert. Für ein Buffet. Zum Buffet gibt es dann meistens dann noch ein leckeres Dessert zum Abrunden. Und anstelle dessen könnte man sich den Punkt sparen, den Dessertpunkt und sagen, okay, wir haben eine Hochzeitstorte und das nehmen wir dafür. Spart Geld auf der einen Seite, dass man nicht noch extra Dessert bestellen muss. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, ist die Hochzeitstorte da nicht so verloren. Also die hat dann nochmal so ein kleines Highlight. Und man gewinnt da noch ein kleines Highlight. Die kann man ja trotzdem mit Tamtam servieren. Ob es jetzt ein Menü ist oder ein Buffet ist, die kann ja trotzdem reingefahren werden und zelebriert werden. Genau. Aber einerseits haben die Gäste meistens keinen Hunger mehr, wenn man ein Dessert serviert und dann noch die Torte serviert. Und wenn man die Party ständig unterbricht und alle setzen sich, ist auch keine gute Idee, ne? Nicht wahr, Hung? Ja, genau. Von daher ist es immer sehr schön, die direkt nach dem Essen zu servieren. Natürlich zelebriert und sie bleibt dann noch ein bisschen stehen und jeder kann sich dann bedienen, wann er möchte. Aber die Party kann schon mal beginnen. Und wie gesagt, als Sparpotenzial ist es auch wirklich so, dass man beim Menü oder bei Buffet sich das Dessert sparen könnte. Genau. Ja. Ja. Super. Aber bei allen Spartipps bedenkt bitte immer, ihr könnt überall sparen, aber lasst eure Gäste niemals mit Hunger und Durst irgendwo stehen. Dass sie immer wissen, es geht weiter und wann es weitergeht und wann es wieder was zu essen gibt und dass sie immer auch was zu trinken haben, ganz wichtig, vor allem bei einer Sommerhauchzeit. Also da nicht an der falschen Stelle sparen. Also Rundumschlag, immer versorgt sein. Oder die Gäste sollen immer versorgt werden. Ja und wie ich auch immer gerne sage, Hunger macht ja auch schlechte Laune und das will man ja nicht. Richtig. Also da nicht an der falschen Stelle sparen, sondern immer, dass die Gäste natürlich gut bewertet sind. Genau, genau. Cool. Das waren unsere zehn Dinge, unsere zehn Spartipps sozusagen. Und erzählt uns doch gerne, ob ihr vielleicht irgendwelche Dinge habt, die euch noch einfallen zu dem Sparen. Würde uns auf jeden Fall sehr gerne interessieren. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und auch gerne liked und teilt. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.